Guten Abend, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum und des Afrika-Live-Teams zur heutigen Veranstaltung. Ich freue mich, dass wir heute Abend einen Gast hier haben, Beryl Makoko, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Beryl Makoko stammt aus Kenia, aus dem Kurier-Distrikt. Sie hat dann in Uganda an der Universität Kampala Film und Fernseh studiert und hat dort als Abschlussfilm den Film The Cut gemacht. Das war 2012 und den Film hatten wir dann 2013 hier bei uns bei Afrika-Live gezeigt. Ich glaube, das war die Deutschland-Premiere damals hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie er die Deutschland-Premiere wäre. Und genau schon damals hat sie sich mit dem Thema Beschneidung befasst. Damals ist sie in ihr Dorf zurückgegangen, hat das Ritual sozusagen gefilmt und hat mit vielen Bewohnern aus dem Dorf gesprochen, mit Männern und Frauen, irgendwie pro und contra und mit den Leuten diskutiert. Sie hat danach, ist sie 2014 nach Deutschland gekommen und hat an der KHM in Köln studiert, der Filmhochschule dort, und hat dann den Film in Search gedreht. Das ist ihr Abschlussfilm an der KHM. Und diesmal ist es auch wieder ein Film zum selben Thema geworden, aber ein sehr persönlicher Film, in dem sie selber auch im Mittelpunkt und als Protagonistin des Filmes auftritt. Der Film hat sehr viele Preise gewonnen, ist auf sehr vielen Festivals gelaufen, hat den Publikumspreis bei dem Doc-Festival in Leipzig gewonnen, 2018, war auf dem ITWA, einem auch sehr bekannten Dokumentar-Festival in Amsterdam, war bei dem Frauenfilm-Festival in Dortmund, hat dort auch den Publikumspreis gewonnen. Und gut, so einige Beispiele, es gibt viele mehr. Und ja, wir freuen uns, dass wir den Film und auch Beryl heute Abend hier haben. Möchtest du nur Hallo sagen? Guten Abend. Wir treffen uns später. Okay, dann eine gute Projektion. Ja, also ich freue mich noch mal ganz herzlich, Beryl Magoko und Mariam So hier begrüßen zu dürfen. Genau, ich werde zuerst ein paar Fragen stellen an Beryl und dann öffnen wir sowohl zu Mariam als auch ins Publikum. Genau, erstmal vielen Dank für den Film. Es ist ein sehr mutiger Film, weil genau du dich selber, ein sehr persönlicher Film und eben du dich selber in den Mittelpunkt stellst. Du hast sehr lange, glaube ich, an dem Film gearbeitet. Nachdem der erste Film fertig war, hast du mit diesem Film begonnen. Wusstest du da schon, wie dieser Film, dass du die Hauptperson sein wirst? Oder was war dein Ausgangspunkt? Ich wusste am Anfang, ich wusste nicht, dass mein Deutsch ist nicht gut. Ich entschuldige mich, aber ich versuche, mein Bestes zu geben. Genau, wenn nicht, können wir auch ein bisschen auf Englisch und ich kann übersetzen, ja. Am Anfang, ich wusste, dass es diese solche OP gibt. Ich wusste das nicht. Ich habe herausgefunden, 2013, und für mich war ein Schock, weil ich wusste nicht, wie. Und ich habe ein Interesse gehabt, ich möchte mehr wissen. Und dann, von Anfang an, ich wusste, dass ich gerne die OP machen möchte. Aber ich war nicht sicher, einen Film zu machen, weil ich war nicht bereit, den ganzen Leuten zu sagen, dass ich beschnitten bin. Und ich habe überlegt, ich habe gesagt, ich habe keinen Mut, einen Film über andere Personen zu machen. Und ich bin die beste Kandidatin davon. Also, von Anfang an, ich wusste, dass ich ich muss, ich möchte das sagen, weil für mich, als ich den, als ich beschnitten wurde, möchte ich gerne mit jemandem über meine Geschichte erzählen. Aber damals hatte ich keinen Mut dazu machen. Aber dann, als eine erwachsene Frau, habe ich gesagt, vielleicht meine Story kann jemand anderem helfen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Genau, und wahrscheinlich war es ja auch ein Prozess für dich, mit vielen Leuten zu reden und gleiche Erfahrungen zu sammeln und das hast du in dem Film ja gemacht und das gibt einem wahrscheinlich auch selber Mut für die eigenen Entscheidungen. Ja, weil für mich es war klar, ich konnte nicht über mich reden weil es geht nicht um Beryl es gibt mehrere betroffene Frauen wir sind mehr als 200 Millionen so ich habe gesagt ich rede mit anderen Frauen und wir tauschen uns über unsere Erfahrungen und wir schauen weiter wieder und war es einfach andere Frauen zu finden die bereit sind auch über ihre Erfahrungen zu sprechen nein es war nicht einfach aber mit den Frauen die du hast heute gesehen es war fein aber es hat lange gedauert zum Beispiel ein Termin hat für mich zwei und halbe Jahre gedauert nicht nicht ein Termin zwei Termine hat zwei und halbe Jahre gedauert bis die Frau hat gesagt ja wir können das machen oder und es hat lange gedauert bis ich wirklich eine Frau gefunden die ich möchte gerne eine Frau finden die hat Opi gemacht und ist bereit mit mir vor der Kamera zu reden ich bin stolz auf mich oder ich habe diese Opi gemacht und mir geht es ganz gut oder sowas ich habe das lange gesucht aber es hat nur am Ende vor ein paar Sekunden in die what ja ja geklappt aber es war nicht einfach aber ich finde du hast auch eine gute Form gefunden auch irgendwie mit den Leuten umzugehen und dass man sie hinter dem Bildschirm ist Schirm ist und ich fand auch sehr schön dass du auch den ganzen Prozess also dass du auch den Film Prozess an sich wie immer in den Film mit hinein genommen hast und ja das war klar von Anfang weil ich bin eine Filmmakerin ich bin eine Filmmakerin Regisseur und ich habe Kamera gemacht und wir möchten gerne den ganzen Prozess zeigen dass ich auch bin eine Filmmakerin ich mag einen Film über mich selbst am Anfang es hat komisch gekling aber am Ende hat gut funktioniert und ihr wart ja auch glaube ich ein sehr kleines Team was natürlich auch immer hilft und ihr wart auch nur ein reines Frauenteam und ihr habt auch hauptsächlich Frauen befragt ehrlich zu sagen ich hätte Angst mit Männern über Intimsache zu reden ich war nicht bereit ein Mann zu sagen ich bin beschnitten und ich war nicht bereit Fragen zu beantworten sozusagen und ich glaube es ist wirklich normal für betroffen Frauen und am Anfang ich habe auch meine Dozentin gesagt ich will nur mit Frauen arbeiten weil ich fühle mich wohl weil dann ich kann mit Oberkrämpfen vielleicht reden hat eine Ahnung worüber geht und am Ende die Tonfrau war krank und ich konnte keine andere Tonfrau finden denn so ich habe gesagt okay man ab ich muss dann mit männern deswegen habe ich mit zwei verschiedenen Tonnen männer gearbeitet und alle hat sehr gut geklappt es war immer ein klein group wir sehen dieses Krankenhaus in Nairobi gibt es viele solcher Krankenhäuser und vielleicht kommen wir dann auch so ein bisschen auf die Situation hier in Deutschland ob es hier ähnliche Situationen gibt wie die Frauen hier mit dem Thema umgehen ob das eben auch Themen sind die die Frauen hier beschäftigt genau vielleicht dann ja genau dann ja okay mein Name ist Mariam So Geschäftsführerin für Forward for Women das ist eine Organisation die sich mit FGM seit über 22 Jahren hier beschäftigt und wir machen auch Beratung natürlich es gibt auch dieses Krankenhaus und schade dass du mich nicht kontaktiert hast weil ich habe die OP gemacht das war übrigens in einem Dreisatz Film Vulva oder Vagina in dem das auch dokumentiert ist interessant da drin war das war nicht nur fokussiert an FGM und Konstruktion sondern es ging um Vagina es ging um die Frauen es ging um Sexualität und wie sie sich fühlen nicht nur in diesem afrikanischen Kontext sondern europäischen Kontext das hat mit Frauenleben zu tun und da sieht man auch dass FGM ein Teil dieser Ganze wenn wir das Makro sehen Frauen im Universum ein Teil unserer Erlebnisse in einem bestimmten Ort aber woanders gibt es auch andere Sachen die die Frauen betreffen die unter diesem patriarchal System auch unter laufen und das zu sehen und so darzustellen herausbringt auch diese Solidarität diese nicht diskriminierende und stigmatisierende Blick auf dieses Ritual sondern wirklich eine Art hey guck mal was macht dieses System mit uns in unterschiedlichen Kontexten an deswegen finde ich für dich dass du das so gezeigt hat sehr schön sehr mutig und sehr sprechend aber man sieht wenn du sagst ich wollte nicht mit Mann ich wollte mit bestimmten das zeigt uns auch wie die Aktivisten sind und die dagegen was tun wollen welche Herausforderungen wir fassen weil das hat mit vielen Hunden zu tun und dass du das so zeigst und dass du im Film auch zeigst dieses Bedürfnis an Beratung an Begleitung bitte hilf mir ein bisschen diese Entscheidung zu treffen obwohl ich sehr selbstbewusste Frau ist heißt dass für unsere Arbeit eine große Herausforderung dass das wirklich nicht einfache Sache ist sondern eine sehr komplizierte mit immer Ansätze die man entwickeln muss in Bezug auf die Zeit in Bezug auf die Gruppe in Bezug auf wo wir sind und das war sehr schön zu sehen auch diese Kontrast zwischen Kenia bei deiner Mutter und plötzlich Deutschland mit einer ganz anderen Atmosphäre und dann gucken wir wir als Frauen ich habe gesehen mit Wasser holen mit Holz habe ich auch genauso gelebt aber trotzdem habe geträumt wie eine Mädchen hier die Gymnasium und durch Schnee und so und dann kommen wir zu was heißt das eine Mädchen zu sein und was tut uns gut was macht uns glücklich und warum wollen wir das nicht mehr warum ist Beschneidung nicht mehr eine Bestandteil oder sollte nicht mehr Leben weil unsere Realität ist anders die Erfahrungen sind anders die Erlebnisse die Biografie unsere Wunsch und die Frauenvorstellung und da kommt man zur Prävention da kommt was sollen wir machen damit die Leute verstehen es ist nicht mehr zeitgemäß und da hast du deinen großen Beitrag gemacht ich finde das schön und mutig und ich sage nur das war schön das ist schon direkt fragen ja und viele Angle zu machen aber es ist sehr challenging in dass das war extrem personal und die Frage ist wie du weitergehen ist das Ich meinte, dass der Film sehr autobiografisch ist, sehr intim, schon von der ersten Szene an und das ist sehr schön, weil es zur gleichen Zeit den Mut und die Fragilität zum Ausdruck bringt, aber das schafft auch eine große Herausforderung in dem Sinn, dass sie an einem sehr bestimmten Thema verhaftet ist und sich daran überlegen muss, wie der nächste Film geschaffen werden kann, weil sie natürlich sehr stark auf sich selbst konzentriert ist in Filmen machen und dann die Frage ist, ob man in dieser autobiografischen Form des Filmmachens weiter vollzieht oder weitermacht oder dann irgendwie anders das öffnet. Das ist eine sehr spezifische Art von Filmemachen. Ich habe mich gefragt, ob das dann sozusagen die Methode auch ist. Ich muss leider auf Englisch antworten. Es ist mir leid. Und das ist mein Stil für Filmmachen. Ich mache meine Zeit, um meine Protagonisten zu wissen, und um eine Verbindung zu entwickeln. Ich möchte sie nicht wie Tiere, sie sind Menschen, sie haben Respekt, und ich möchte die Geschichte aus ihrer Sicht, nicht das, was ich die Welt wissen möchte. Gut. Wird Übersetzung gebraucht? Nicht. Okay, gut, ich weiß manchmal nicht. Okay, dann brauche ich das. Okay, wir können in Englisch dann weitergehen. Und dann, ja, mit meinen Interviews, ich sage sie nicht, aber wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen zu uns. Weil wir haben eine Freundschaft entwickelt. So sie ist trusting mich mit ihren Worten, dass ich sie nicht misuse oder misrepresenten, das bestimmte Person oder das bestimmte Thema. Und ich liebe es, die Protagonisten zu sehen, wenn die Film sieht, sie sagt, ich glaube, was diese Person sagt mir. Und ich mache die Bildung in einer Weise, dass ich als Einwohner fühle, ich glaube, ich bin näher zu dieser Person. So das ist mein Stil. Und das ist wie mein Film wird. Aber eine Biografie Film wird in der nächsten Mal. Ich habe eine bereits, aber jetzt ist es zu schnell, denn ich bin nicht bereit zu sein, in der Kamera wieder zu sein. Aber es ist eine Art of Biografie Film wird, und es ist eine Universale Topik, das affects die Menschen. Und ich fühle mich, es geht über eine andere Taboo und wir nicht darüber reden, aber ich werde das machen. Und ich habe eine nächste Film, es geht über die Frauen, die Frauen zu tun, aber ich habe es, ich habe es, ich habe es, es geht über die Frage, zwei Wochen zu tun, das ist eine Frage, die Frauen zu tun, und es hat nichts zu tun, mit der Lesbianismus. und es geht über die Frauen zu tun, die Frauen zu tun, die Frauen zu tun, die Frauen zu tun, und wir sprechen mit ihnen, und wir wissen, und wir wissen, die Leben, und sie werden uns die Geschichte, die Geschichte, die Formen zu tun, die Frauen zu tun, und wir wissen, so können wir uns, auch, was du, über das zweite Projekt. Einige Frage ist, was das Film, in Kenia, diese Film, in Kenia, und das ist, ich glaube, bei eure Projekt, und du, der Tatsama, ja, Ja, mein Film hat in Kenia, ich habe den Film in 2019 in Kenia gezeigt und es hat super gelaufen. I think that was the best screening, honestly. Ich hätte, ich glaube, ungefähr, die Publikum war 260 oder sowas. Am Anfang habe ich Angst gehabt. Ich habe mit meinem Dozent gesagt, there is no way I'm taking the film back to Kenya. That's where I come from. I can't. And she said, the time to be scared is over now. You were scared when you started talking about FGM. You came back, you have talked about it. People have to listen to you. You will go home and show the film. Then I was like, yeah, the time to be scared is over. I went home, I showed the film. Mein Mama war dabei. Mein Mama hat shown den Film Deutschland gesehen. Mein Buddha war dabei. I never told him what I was doing in Kenya because I was scared to tell him. But I said, I want you to come to Nairobi and see my film. He watched the film and he was, he was sehr stolz of mich. Und alle meine Brüder haben meinen Film gesehen. So, aber meine Schwester noch nicht. But they support me and they like the film, so, yeah. Oh, Tazama. Ja, es gibt ein, wir haben jetzt ein Projekt, heißt Tazama, T-A-Z-A-M-E, heißt Sehen oder Zuschauen. Wir möchten gerne zwei Filme in afrikanischen Ländern oder alle Länder, die FGM praktiziert, zeigen. Und ich habe ein Gefühl, dass, um, when other people see the film that other people are talking about FGM, maybe it will encourage them to talk about their, to share the story. It's about a trauma and I believe that I have done it. I have talked about it and I feel, er leicht hat? Ja, so I, yeah, when you talk about, it doesn't matter whether you will end up doing the operation, but talking about it, talking about the experience helps a lot. So that's what I want to encourage other women to do that. And for the cutting part, I believe images usually share, tell a million stories. When I screened the film in Burkina Faso, there were African men there. When they showed the cut, it's not graphic, but they cried. They said, we marry the women when they're already cut. We really don't know what they lost, and we don't know whether they feel any pain. But seeing this film has changed my perspective. And these were African men talking like that. But of course, it was in Burkina Faso, but the men were coming from different countries. And I say that then when we showed the films where the main problem is maybe we'll change people's perspective and stuff like that, and we'll end up rescuing many girls and encourage the women who went through FGM to talk about it, to heal. That is the hintergrund. And momentan, we're looking sponsors and people to work with. Yeah, wie immer. Ja, mein Name ist Toba, ich bin aus Guinea. Das Problem von der Beschneidung ist auch sehr vorhanden in Westafrika, ich kenne das. Aber meine Frage ist, erste Frage ist, ob Ihr Film wurde schon in Kenia gezeigt. Also ich habe nicht richtig mitgekriegt. Ja, ja. So gut. Und wenn der Fall ist, wie ist der große Einfluss, wie ist die Reaktion von den Frauen allgemein? Das ist meine zweite Frage. Und wie ist jetzt die Bewegung, weil wir sind in Afrika sehr beeinflusst von der Meinung aus Europa und auch von der Welt über die Beschneidung. Wie ist die Reaktion, die Haltung der Frauen allgemein in Kenia? Haben Sie statistische oder gewisse allgemeine Meinung darüber, damit man sieht, ob die Mehrheit dagegen ist oder wie ist diese Pro und Kontra da? Und das ist eine Frage, die ich stelle nur da, weil in Westafrika ist sehr stark auch vorhanden. Ich habe den Film leider nur in Nairobi gezeigt und in Nairobi, die Leute dort sind alle studiert, die den Film gesehen haben und sie hat verschiedene Meinungen. Und sie hat den Film sehr gut gefunden. Ah, das war ich falsch. Gefallen. Und wie heißt das? Ja, weil zum Beispiel, wir reden über Beschneidung nicht mit unseren Eltern. Die meisten Leute haben mir gesagt, wie hast du das gemacht mit deiner Mama? Und ich finde das toll, aber ich habe den Film noch nicht im Dorf gezeigt. Deswegen haben wir dieses Projekt Tazama, den beiden Film vor Ort in verschiedenen Dörfern zu zeigen. Ja, ich wollte nur dazu, weil ich aus Westafrika komme, aus dem Senegal, diese Statistik pro und kontra, das ist sehr schwierig. Aber man weiß schon, dass viele Frauen dagegen sind. Und interessanterweise Männer, die aufgeklärt sind, die das sehen, die Filme oder OP oder wirklich wissen, was da los ist, was passiert ist, sind auch dagegen. Deswegen in unserer Arbeit beziehen wir immer Männer. Weil man muss auch wissen, diese afrikanischen Strukturen, die Aufgaben der Männer und Frauen sind so getrennt, dass wirklich, und das ist auch so, dass Beschneidung Frauensache war, dass die Männer nicht involviert waren und nicht wussten. Ich weiß, in meiner Familie, mein Vater war immer dagegen. Der war in der Schule, ist Tierarzt, hat Zweiter Weltkrieg gemacht, ist verreist überall. Aber wenn ich ihm sage, warum passiert das uns, warum sagst du nicht, dann hat er immer gesagt, das kann ich machen, das sind meine Schwestern. Weil im Gegensatz zu Kenia, geh und du wirst beschnitten bei uns, sind die Tanten, das ist die Schwester von dem Vater, die zuständig sind für die ganze reproduktive Gesundheit der Nichter. Das heißt, das sind ihre Schwestern, die kommen, meine Mama hat da auch nicht viel zu sagen, sie hat bei ihrem Bruder was zu sagen. Aber da sind meine Tanten, die das organisieren und die auch den Tag bestimmen, die das Ganze etc. Das heißt, das ist dann sehr schwierig jetzt, vor allem jetzt jemanden zu finden, der sagt, ich bin dafür. Aber was du da reinbringst, was neu ist, ist die Rekonstruktion, ist diese OP. Und das kommt langsam auch in Afrika. Es gab auch Projekte in Burkina Faso, diese Klitoris-Ed, was auch nicht immer funktioniert hat, weil man hat das in so einem Marketing-Ding gemacht, diese Rekonstruktion, dass viele das nicht gut fanden. Und dieses Projekt, dieses große Projekt mit Amerikanern, wie haben die das genannt, das war ein bisschen vulgar. Nicht Klitoris-Ed, das war noch was, ja, it was another name, but really sehr hoch, wo ich selber gesagt habe, ich möchte nicht das bewerben. Give a woman a Klitoris. So was, yes, it was wirklich a campaign about this. Das hat dann nicht so richtig funktioniert, aber was jetzt funktioniert und sie haben gefragt über Möglichkeiten hier. Odee kenne ich ganz gut, er macht das, aber es gibt auch an der Klinik eine Frau, die das macht hier, Uniklinik, die auch von Odee gelernt hat. Aber leider haben wir nicht viele Leute, die befügt sind, das zu machen. Es gibt jetzt wirklich viele Anzeige, auch in Berlin habe ich Leute gesehen, die das verteilt haben. Wir können das machen, aber man muss da aufpassen und zu jemandem gehen, die das wirklich macht. Und auch in Kenia war das eine Stunde ich fertig, ich weiß das bei mir. Ich hatte auch gedacht, ich habe Typ 1, ich hatte Typ 2. Das heißt, wir haben immer falsche Diagnostik und das hat fünf Stunden gedauert. Five hours gedauert. Ich war fünf Tage gefesselt in den Dingen, aber am dritten Tag konnte ich schon laufen. Das heißt auch, das hat mit Qualität zu tun. Das hat auch mit Professionalität zu tun. Und diese Vor- und Nachberatung, was die Odee macht, mit einer Begleitung von Leuten, die dich auch begleiten, ist wichtig. Und jetzt müssen wir langsam zu dieser Rekonstruktions-OP gehen. Und da in Filmen werden ein großer Beitrag sein. Ich werde das in meinen Schulungen benutzen können, wenn ich das habe. Ich weiß nicht, ab wann das zur Verfügung steht. Aber das ist ein sehr, sehr guter pädagogischer Support für unsere Schulungen, um Frauen zu ermutigen. Einfach das als normal zu nehmen, weil wir auch normal sind. Unsere Erfahrungen können schwierig sein, aber normal gehört dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, sorry. Ich war die andere Camerawoman und Jule war die Hauptkamerafrau. Meine Kamera war nur für die Protagonistin. Ich war die Protagonistin. Jule war nichts anderes. But the filming technique changed when I went to Kenya. I reached there and then I was like nope. And you know for that, that means okay we have to think how are we going to edit because we started filming with, actually it was three cameras because I had a diary camera. For four years I recorded myself every single day. My doubts, my everything, playing with the snow, anything I did alone I did it in front of my small camera. So we had three cameras to be precise. But when I went to Kenya I changed that because I was like no. I'm back home after like three years. I want to be the daughter, I want to be an aunt, I want to be a sister, I want to be a cousin, I want to be home, I want to be me. I don't want to start following my mother or my family carrying a camera. Then I said, it's your responsibility to film. I'm the director, I'm home, I'm not afraid. So yeah, but that's the only change that happened. And my question is related to, I'm thinking that it was because before you were talking about talking to other people and how that is not supposed to be an interview but rather a conversation. And the same thing to me it seemed happened also with the filming because you basically, just as you're also now confirmed, gave the filming completely out of your hand. And that is the most obvious when you had the cramps in Kenya when you were at home because, and then the camera you already wonder as the viewer like, is that already too intrusive? And because it's such a painful process even to watch it. And I was wondering how much that exchange with Jule Kramer and you was also influenced the whole filming style where you could also see, because I could see she did also the cutting in the end. Is that correct? Like she was the cut? The montage? No, 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 montage was, I, I, we did, I mean Jule could come in when I needed her because like I could not go through like cramp scene. Then I'm like, I need you in the room, I need support. But I had an editor. We, we knew too much so we needed somebody else who has a fresh mind to come and say, I see things that we don't see. I couldn't do it on my own because I was afraid of being re-traumatized. But what is your question? I was wondering, I mean, it's in, in that sense, in, in that very, the filming intimacy beyond the, the, the interviewing intimacy, the filming intimacy of, of working so intensely with another camera woman, I would assume heavily influenced the whole production of that film and the whole film language. It's, it's a dialogical film language in, in the camera that is being produced. And I was wondering, are you also carrying this forth at, in your filming style? As you said before, you were doing a very much an autobiographical. You know, um, this film, I can say it's really very particular because this is my first biographic film, a film about myself. So it has kind of special in a way because most of the time I am in the camera. Most of the time I'm outside the camera. I'm the other side, you know, and she's alone. I'm the other side of the camera. But this time I was like the vulnerable one. So, um, we talked. Like, for example, I, I seen like, uh, Fadumo Con, the woman with curly hair. I just told her, we are going there. We are going to film. So you, will you, then it's like, I will film you setting up the camera. And we talked before, but we didn't discuss how this, the filming will be. Or when I'm talking to the woman behind the green stuff, I didn't know that I was going to walk out. So it was not set up. It was just, I decided to like, I am done with the film. I can't take it anymore. And I walked out. So it was not planned. But there's some things like, okay, I want you to like, do variation of shots, close up wide shots in this discussion. That's the only thing we discussed. So she's a creative person and she had to, and I understand your point because Yule is my friend. I mean, she's my best friend. We met day one in the university and we talked and relationship grew. So even when we were, we were filming, I assume most of the time I was like, okay, I'm talking. I assume I'm talking to my friend because I was so nervous most of the time. Then like, assume I'm telling Yule the story. I don't see the other camera. So that also helped to bring out the intimacy. So I don't really know if I worked with somebody who is not a friend how the film could have turned. But I believe the story could have remained the same, but maybe it would have like this sort of tightness or closeness with the camera woman. But I think the friendship played a big role also because we worked on the film for four years. So that was our breakfast, lunch, supper, everything. Dr. 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 Diese Aspekte spielen eine Rolle dabei. Ja, ich bin ein Pöl aus dem Senegal im Norden und die sind sehr konservativ, das wissen wir. Wir wissen auch, dass Senegal ein Gesetz hat, was das verbietet. Aber da waren auch viele NGOs, die sehr engagiert waren, die auch in der Region waren, die auch viele Aufklärung gemacht haben, die auch in den Schulen das als Bestandteil aufgenommen haben in den Curriculum. Aber trotzdem, weil irgendein Imam, irgendeine Chefreligie, wir haben sowas, dieser Gelehrte, sagt, aber das ist gewollt im Islam. Und das war wirklich ein Hindernis für unsere Arbeit. Aber irgendwann haben wir auf der nationalen Ebene auch Netzwerke, angefangen Netzwerke zu binden von allen Leuten, Akteuren, die diese Arbeit hindern konnten. Das waren die Imams, ein Netzwerk von den Imams. Wir hatten andere, das ist ein Netzwerk von Journalisten, wie berichte ich darüber, was sage ich, was ist meine Rolle, aber auch von Lehrern und Lehrerinnen, wie bringe ich das bei in eine Gesellschaft, die so konservativ ist. Weil wir wissen auch, zu sagen, es ist verboten, aber mach das nicht, ist schlecht, das funktioniert nirgendwo. Das hatte auch damals mit der Aidsprävention in den Schulen und das hat da sehr gut gepasst. Das heißt, in Senegal, das war auch sehr pädagogisch angegangen und deswegen hatte das auch viele Wirkungen gehabt. Ich war da von 2004 bis 2010, ich habe da in einem NGO gearbeitet. Leider Gottes, ich weiß, kann es mir auch nicht erklären, die letzten Jahre erleben wir einen Rückgang von FGM, Leute, die das praktizieren. Aber ich glaube, das hat mit unserer Zeit zu tun, wo Leute noch konservativer geworden sind, noch glaubiger geworden sind. Es hat mit vielleicht unserer eigenen Krise zu tun. Die Leute suchen sich und finden einen Gott, der dann alles verbietet oder alles. Das ist deren Referenz. Und das heißt auch von vorhin, jetzt wir haben ein Projekt, das heißt Maffeo, Alles wird gut, die direkt in den Schulen arbeitet. Wir haben jetzt Bibliotheken in den Schulen, wo wir parallel Zugang zu Büchern und Lesen zu geben, auch traditionelle Gesundheitslotsen ausbilden, die in diese Bibliothek kommen, einmal die Woche und beraten, begleiten und antworten die Fragen dieser Jugendlichen. Man sieht auch, wenn wir jetzt Fragen haben und irgendwann mal nicht weiter können und weinen oder lachen, etc. mit diesem Thema, dann was ist mit den Kindern, die zwölf sind, die ihre Periode haben und haben Schmerzen. Aber finden das keiner, der das antwortet. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen ganz anderen Ansatz und sagen uns, wir gehen in den Schulen direkt da, haben die Kinder und empfangen deren Fragen und erklären auch, was da zu tun ist. Das heißt aber auch, die Arbeit, wenn man nach 22 Jahren immer wieder ein eternes Recommencement hat, das hat mit Fristration zu tun. Wir sind sehr frustriert manchmal, aber auch sehr zuversichtlich, dass das funktionieren kann, weil die Kinder sind auch durch diese ganze IT vernetzt und können ganz schnell austauschen, Informationen ganz so schnell gehen als jetzt früher. Und da bauen wir auf und hoffen, dass das auch funktioniert. Und Leute wie du, die mitfilmen, weil das kann man ganz schnell, ganz gut auch nicht nutzen in den Schulen, in der weiterführenden Schule, dass man Filmen zeigt, dass man in einer ganz anderen Form, in einer afrikanischen Form. Und das ist, was ich gut finde an deiner Arbeit, dass das eine ganz andere Perspektive ist. Das ist nicht jemand von außen, der kommt und uns zeigt, wie wir das immer erlebt haben in der Kolonialzeit, sondern das ist einer von uns, die in einer ganz natürlichen Art ihre Erfahrung zeigt. Eine, die wir sehen und sagen, wow, ich habe das Gleiche auch gemacht, aber ich empfinde, sie empfindet das Gleiche wie ich, das ist dann ganz normal, etc. Und wir brauchen viele Filmemacherinnen, wir brauchen Pädagogen, wir brauchen in den Communities, die auch diese Aufklärungsarbeit machen, diese Aufklärung, da ihren Beitrag auch leisten. Insofern, Islam ist ein Problem bei uns, in Nigeria, da sind die Kirchen, manche Katholiken sagen, die machen das, in Eritrea, das ist Orthodoxen, etc. Aber da muss man immer gucken, je nach Ort, wie geht man damit um, aber wir haben Aktivisten, die genau dieses Know-how haben. Das wird lange dauern, aber ich hoffe, wir schaffen das. Hallo und erstens vielen, vielen Dank für den Film. Er ist sehr, sehr schön und er ist auch sehr mutig und ich habe mich emotional gefühlt und es war wirklich gut. Ich habe zwei Fragen. Also erstens, du hast die Operation in Kenia gemacht und was hat es für dich bedeutet, dass es in deiner Heimat ist, also auch demselben Ort, wo du beschnitten wurdest? Und meine zweite Frage ist, man sieht viele Männer in der, also in dieser Beratungsbranche für Konstruktion. Gibt es auch Frauen, die in diesem Bereich, oder? Ich möchte gerne meine OP in Deutschland machen, bei Dr. Dan. Aber ich war damals privat versichert und dann Dr. Ode hat einen Brief geschrieben zu der Versicherung und ich habe einen Brief gekriegt, dass, we don't treat all disease, ich kann das auf Deutsch nicht sagen. Sie hat nicht alle alte Krankheiten behandelt. Und dann hat sie mich rausgeschmissen, die Versicherung. Und dann, ich hatte keine Versicherung und dann, nein, ich war noch kurz versichert oder sowas. Und dann, als ich herausgefunden habe, dass es solche OP in Kenia gibt, ich habe dort getreten, aber ich möchte auch, nein, ich habe gesagt, oh, ich mache keine Panik, ich mache meine OP in Kenia. Aber meine Entscheidung wirklich war impromptu. Ich habe nur am Dienstag gesagt, oh, morgen, ich mache auch diese OP. Es ist das erste Mal, dass es solche OP in Kenia gibt. Ich will auch, among the first people to do it. So, aber als ich in diesem OP-Tisch, keine Ahnung, Bett oder sowas liegt, ich habe gesagt, oh, my goodness, I'm making another terrible mistake. Ich habe in Panik, dann habe ich gesagt, nein, nein, es ist kein Mistake. Es hat alles in Kenia angefangen. I'm gonna end it in Kenia. So, für mich wirklich, es war, mein OP war nicht geplant. So, I was like, okay, I'll go with what I get, so to say, das. Ja, die zweite Frage habe ich leider vergessen. Männer, achso, ob es auch Frauen in der Beratung... Ob waren Männer? Ja, zu dieser OP, ob die das, ne? Frauen, ob Frauen. Mhm. Ah, das war nicht in Deutschland, das war in Kenia. Wir haben auch gute Hospitals. Das war in Kenia, eine Frau hat die OP gemacht, die war einem... Wie soll ich sagen? Nee, nee, he was a man. Ja, she was a man before. Ja. Und, ja, ja, die ist trans, jetzt ist eine wunderschöne Frau, aber damals, die war, mehrere Jahre hier, die war ein Mann. Und dann, jetzt, die hat das, die OP gemacht, und es gab, es gab ja Männer, aber die war die einzige Frau, und die andere war Männer. Und es gab die andere Nase und Anarkose-Arte, so, ich glaube, in Kenia die Leute, die nur diese OP machen, sind Männer. Aber hier in Deutschland, es gibt, ähm, in Berlin, es gibt ein, ähm, Waldkranken, wie heißt das? Ja. Waldkrankenhaus, oder sowas? Ja. In Berlin gibt es ein Frau... In Berlin gibt es ein Rekonstellationscenter. Ja. Es gibt nur Männer, die das machen. Nur jetzt zur Versicherung, eine gute Nachricht, wir haben ein Netzwerk für viele Organisationen. in Deutschland, und wir haben wirklich gekämpft, damit diese OP, die Rekonstruktion, auch von den Krankenkassen, ähm, bezahlt werden, übernommen werden. Das wird jetzt finanziert. Auch privat, jetzt geht. Privat auch. Aber in 2015 und 2016... Das war in 2016. Ja, geht nicht. Ja, sie hat gesagt, wir machen das nicht. Aber beide jetzt bezahlen. Okay, das ist noch eine gute Nachricht, genau. Ja, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, weil wir noch draußen eine andere Vorstellung als danach haben. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken und auch beim Publikum bedanken für die Fragen. Und, ähm, ja, und wir sind gespannt auf Berils nächste Film. Applaus Applaus